Hallo? Was zur Hölle. Das ist ja unheimlich. Irgendwie ist das ganze Deck strange. So ein Tarot-Deck habe ich noch nie gesehen. Der Gehängte steht für absolute Hingabe. Also wie jetzt? Du sagst, dass die Karten jetzt lebendig werden? Auf ne Art, die wir uns nicht haben vorstellen könnten. Erstens.